Wussten Sie, dass Sie 5 Gramm Mikroplastik essen, einatmen und trinken in nur einer Woche? Das entspricht dem Gewicht einer EC-Karte. Woher kommt das alles? Mikroplastik befindet sich im Meerwasser, in Fischen, im Salz, in Bier und in Schalentieren. Und was ist mit Trinkwasser? Mikroplastik ist in 83% des Leitungswassers und 93% der Wasserproben aus Flaschen nachweisbar. Aus einer Studie, die von der gemeinnützigen journalistischen Organisation Orb Media durchgeführt wurde. In ihrem Körper setzt Mikroplastik gefährliche Giftstoffe frei, die dich langsam, aber sicher töten. Wir haben den Planeten so verschmutzt, dass wir unseren eigenen Müll essen und damit ein Urteil für uns und unsere Kinder unterschreiben. Heutzutage betrifft das Problem des Plastiks bereits jeden Einzelnen. Aber es ist unmöglich, es mit dem bestehenden Konsumformat zu bewältigen. Aber wir können das ändern. Am 7. Mai 2022, Internationales Forum Globale Krise. Wir sind Menschen. Wir wollen leben.